Herzlich Willkommen zu einem wichtigen astrologischen Video. Und heute geht es nicht nur um den Skorpion oder um den Pluto als Energie, sondern es geht auch um dich. Und zwar um deine Kraft, dich zu rächen und Wutenergie, Vernichtungsenergie positiv wandeln zu können. Jeder Objekt, ob er jetzt Sternzeichen, Skorpion ist oder nicht, hat plutonische Energie in sich. Das heißt, wir alle haben das Prinzip Pluto, Skorpion, mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Das Gefühl der Macht oder Unmacht, der Leidenschaft, des Forschertrangs, des Detektivischen und natürlich auch des Stirb und Werde, also der Transformation. Das alles sind ja Grundprinzipien, die durch den Skorpion vertreten werden. Und vielleicht hast du es schon mal gehört und wenn nicht, ist es ein interessantes Prinzip. Und an dieser Stelle, wenn es dich interessiert, noch mehr über Entwicklungen der Sternzeichen zu erfahren, Entwicklungsstufen der Archetypen zu erfahren, dann bitte schreib es mir in die Kommentare, dann mache ich gern noch weitere Videos dazu. Jedes Sternzeichen hat ja einen Entwicklungsweg. Den kann man festmachen, immer an dem Sternzeichen, das so in der Opposition auch steht, wo man dann eben auch schauen kann, okay, wo kann sich denn da etwas hin entwickeln. Und jetzt hat der Skorpion als Gegenpol den Stier. Also Skorpion und Stier sind in der Opposition, das heißt, das sind gegenüberliegende Sternzeichen. Und der Skorpion mit seiner geistigen Vorstellungskraft, mit dieser So soll es sein, mit seinem Idealbild, soll sich mehr zu dieser stierischen Sättigung, Zufriedenheit im Irdischen hin entwickeln, grundsätzlich mal. Das ist der eine Weg, den man da machen kann, also das Entwicklungsweg des Skorpions. Auf der anderen Seite, und ich komme gleich zur Rache, auf der anderen Seite kann sich ein Skorpion natürlich von diesem niederen Racheinstinkt, der ja wirklich dieses, ja, das Urskorpionische ist mit dem Stachel, zack, ich steche dich rein und vergifte dich und vernichte dich. Also wirklich von diesem niedrigsten Racheinstinkt des Skorpion kann er sich auch zu einer Erhobenheit, einer Übersicht entwickeln. Also bildlich gesprochen, wie der Phönix aus der Asche werden, wie ein Adler werden, vom Krabbeltier am Boden bis zum Adler, wie eine liebe Freundin immer wieder ausdrückt. Ja, also wie kannst du jetzt diese Energie der Rache nutzen, positiv für dich nutzen? Und ich habe es jetzt schon erwähnt, Ärger, Rache ist ja mal Energie. Und was ist das für eine Energie? Es ist der Schrei nach einem Ausgleichen. Du willst etwas ausgleichen. Du hast das Gefühl, dir wurde Unrecht getan, dir wurde ein Schaden zugefügt und du willst diese Energie ausgleichen. Du willst quasi wieder alles ins Lot bringen. Und da ist natürlich die Rache so der erste Trieb, den du hast. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie können wir denn diese Energie kreativer nutzen? Und das ist eben die Rache-Fibel für alle rachsüchtigen Menschen, für alle plutonischen Menschen, plutonisch geprägten Menschen, die glauben, sie brauchen einen Ausgleich oder sich einen Ausgleich wünschen. Mein Tipp Nummer 1 ist, Rache ist Energie und nutze diese Energie, nicht dich auf ein Außen, auf einen Gegner, auf eine Gegnerin zu versteifen, auf ein unfaires System zu versteifen, dich zu rechnen an etwas im Außen, sondern nutze diese Energie, um dich selber zu beflügeln, um selbst erfolgreich zu werden, um selber aufzublühen. Diese Kraft, die du da nach außen hin verschwendest, nutze für dich selber. Und baue dir lieber ein Bild auf, wo du sagst, du hast mir jetzt Zeit gekostet, Geld gekostet, Nerven gekostet, einen Partner, eine Partnerin gekostet, aber ich werde es noch besser machen dadurch. Ich lasse mich dadurch beflügeln. Ich lasse mich nicht einschränken von diesem Unrecht, das mir da widerfahren ist durch dich. Und dadurch kannst du diese Energie nutzen, um selber erfolgreicher zu werden und dadurch einfach durch diese ganze Energie, die du hast, die dich beflügelt, antreibt, weiterbringt, aus diesem Racheinstinkt aussteigen. Also, wie gesagt, werde erfolgreich oder setze Dinge um, auch gerade nach Beziehungen. Wenn du sehr enttäuscht bist, schau, dass du einfach eine glückliche Beziehung hast, die bessere Beziehung hast nachher. Und einfach ein schöneres Leben dir gestalten kannst. Und das ist einfach dann schon wirklich Rache im positiven Sinn gesehen. Der nächste Tipp, den ich dir geben kann zum Thema Rache, bezieht sich jetzt auf dein Selbstbewusstsein. Das heißt, reagiere mit deinen Werten drauf. Wenn du jetzt mal sagst, okay, das habe ich nicht Not, in diese Niederungen lasse ich mich nicht runterziehen, so zu reagieren, so schäbig zu reagieren, so kleingeistig, so verkopft zu reagieren, dann stellst du dich auch wieder aus dieser Energie raus und näherst damit eigentlich deinen Selbstwert. Das kann natürlich auch bis zu einer übertriebenen Arroganz führen. Ich meine, wenn es dir besser geht, dann setz diese Arroganz bewusst ein und sag, naja, so ein Gehirnzwerg bin ich jetzt nicht oder so niederträchtig wie diese Person ist, bin ich halt nicht. Und damit gut bin ich sicher nicht in dieser Welt drinnen. Das heißt, dieses kleine kläffende Hündchen da unten kann mich gar nicht erreichen. Oder noch in der Übersteigerung, ja, diese Ratte da unten kann mich nicht beißen oder kann mir nichts anhaben. Also damit erhebst du dich natürlich und gehst aus der Situation raus. Das ist jetzt als Technik gut. Ich würde es jetzt nicht als Dauerzustand empfehlen, aber es hilft auf jeden Fall. Mein dritter Tipp, was Rache angeht, ist, lebe deine Rache in der Fantasie aus. Das geht wirklich bis zur Sippenhaft. Also da kannst du ganze Dörfer, Völker, Nachbarn niederbrennen, wenn du möchtest. Die ganze Welten und Kontinente auslöschen und vernichten. Da kannst du alles machen. Wichtig ist eben, dass du es natürlich nicht in der Realität tust. Warum hilft das in der Fantasie? Weil es so vom Unterbewussten, vom Seelischen her eigentlich egal ist, ob du etwas dir vorstellst, ja, oder eben, ob du es wirklich ausübst oder machst. Und das Gute bei dieser Technik ist auch, irgendwann kommst du drauf, ja, wann ist denn genug? Also wann ist denn dieser Zyklus der Rache, der Widerrache, der Gewalt? Und wann ist denn das genug? Und dann lässt du es wahrscheinlich irgendwann mal ganz bleiben. Denn am Ende des Tages ist es so, gerade in einer Zeit, wo Fronten verhärtet sind, so wie in unserer Zeit, das heißt, jeder ist sehr meinungsstabil und jeder hat ja recht. Gerade in dieser Zeit ist es ja auch wichtig, darauf zu achten und sich darauf wirklich, das auch bewusst zu machen, dass wir das Außen nicht ändern können und dass wir eben eigentlich nur Energie verschwenden. Das heißt, zum Beispiel jetzt nur jeder, der sagt, ja, alles, was jetzt während dieser Pandemie geschehen ist, das gehört ausgeglichen, das gehört, da gehört wirklich ein, da gehört Schaden, der angerichtet wurde, wieder gut gemacht, ob jetzt von den bösen Ungeimpften, die ja alle verseucht haben oder von den Verleumdungen der braven Geimpften, die quasi da ganze Bevölkerungsgruppen ausgesperrt haben. Und wenn du dich in dieses Narrativ verstrickst, wirst du merken, du stehst irgendwann einmal an. Das führt nur zur Verzweiflung. Deshalb hebe diese Energie und sinne nicht auf Rache oder Gerechtigkeit. Und wenn du es gar nicht schaffst, da rauszukommen, dann würde ich dir empfehlen, das gute biblische, freizitierte Wort, was spricht der Herr? Mein ist die Rache. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Das heißt, im Prinzip auf neu esoterisch, das Karma wird schon richten. Also irgendwann fällt Ihnen das zurück auf den Kopf, es ist nicht mehr dein Thema, du gibst es einfach ab. Und so hast du diese Entwicklungsstufen eigentlich gut genutzt. Du hast aus deinem niederen Racheinstinkt, wo du dir selber die Hände schmutzig machen wirst und womöglich sogar Schaden zufügst jemandem oder selber straffällig wirst. Du hast diese Energie genutzt, um selbst erfolgreich zu werden, dich aus der Emotion raus zu befreien und stehst über diesem Ausgleichsspiel drüber und hast dadurch quasi die Energie wieder im Fluss gebracht. Und so kommst du vom Skorpion rauf in den Adler oder den Phönix. Also das heißt wirklich, das wäre so ein Transformationsweg für alle Plutotiker. Also alle, die sehr skorpionisch geprägt sind, sehr plutonisch geprägt sind, ist das dein Ausweg und dein Weg, Rache zu üben, aber auf intelligente Weise mit der Energie diese zu nutzen. Das heißt, Energetik oder Astrologie ist nicht nur Licht und Liebe, sondern es ist bewusste Lebensführung. Und das, denke ich, ist wesentlich und mit diesen Gedanken solltest du dich auch auseinandersetzen, wenn du dich mit der Astrologie, mit der Esoterik, mit der Energetik beschäftigst. Wie gesagt, wenn du mehr solche Videos hören willst, gerne, freut mich, dass du bis zum Ende geblieben bist, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal und vielleicht sehen wir uns ja mal. Also buche gerne eine persönliche astrologische Beratung oder einen Termin bei mir, persönlich gerne in Linz oder auch natürlich über Zoom oder Telefon oder WhatsApp, was auch immer du nutzt. Ich wünsche dir eine gute Zeit, liebe Grüße und bis nächstes Mal. Tschüss, dein Oliver Ereini. Tschüss, dein Oliver Ereini.